Im Namen des DEW Berlin, aber auch von mir persönlich wünsche ich Ihnen, dem Institut für Weltwirtschaft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts einen ganz herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag. Und möchte auch im Namen des DEW Berlin meinen großen Respekt für Sie ausdrücken, für die Arbeit, die Sie über Jahrzehnte geleistet haben. Das Institut hat wie kein zweites die wirtschaftspolitischen, aber auch die wissenschaftlichen Diskussionen und Arbeit in den letzten Jahrzehnten wie kein zweites mitgeprägt. Vor allem natürlich im Bereich der ordnungspolitischen Wirtschaftspolitik. Für mich persönlich ist das Institut eine Herzensangelegenheit, denn hier habe ich mein Studium begonnen in Kiel und natürlich mit großer Achtung und großem Respekt vor dem Institut, was mich persönlich auch sehr geprägt hat in den Jahren danach. Deshalb wünsche ich Ihnen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nochmals und alles Gute in den nächsten Jahrzehnten und auf die nächsten 100 Jahre. Bis zum nächsten Mal.